So Leute, was ist denn hier los? Gefühlt, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, die Surfer sind einfach komplett down. Einfach down. Das komische ist, mein Sohn spielt auf der Playstation Fortnite, aber am PC scheint es, wie es aussieht, gar nicht zu gehen. Also der komplette Epic Launcher, ihr seht es gerade, läuft und läuft und läuft und läuft. Ich sage ja, Epic Games bzw. der Launcher erkennt noch nicht einmal, dass mein PC bzw. die IP-Adresse gespeichert ist, weil ich musste eben quasi alles neu verifizieren. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, im Hintergrund hört ihr genau die richtige Musik, nämlich Niederlagen passieren. Ich wollte eigentlich sogar online kommen. Jetzt ist nur die Frage, haben wir Bock da drauf, uns den Ladebildschirm angeguckt, anzugucken? Einfach ein bisschen Smalltalk. Wenn ja, weißt du was, schreibt einfach Ja, komm online oder schreibt einfach gar nichts. Ist einfach nur ein kleines Infovideo, denn hier klappt halt wirklich am PC absolut gar nichts. Ich komme noch nicht meinen Launcher rein. Ich habe eben bei ein paar anderen Streamern nachgeguckt. Die kommen zwar in den Launcher irgendwie rein. Ich bin jetzt glaube ich beim sechsten Mal, wo ich es probiere, reinzukommen. Aber hier geht halt einfach gar nichts. So, ich hoffe dann, die, die auf der Playstation sind, bei euch funktioniert es weiterhin. Wie gesagt, mein Sohn musste einfach ein Update runterladen und das war es. Keine Ahnung. Ich hatte nur heute Morgen ein Update, das weiß ich auch. Und gestern war halt zwischendurch der Smeer Portrait einfach so abgeschmiert. Ich sage mal, so alle zwei Stunden einmal ungefähr. Aber ich halte euch mal nicht weiter auf. Schreibt es wie gesagt einfach in die Kommentare, ob ihr ein bisschen Smalltalk machen solltet oder nicht. Und in dem Sinne, eventuell bis gleich oder ich sitze halt weiter hier und gucke mir weiter diesen schönen blauen Kreis ein, wie er es schön weiter dreht. Wer auf das Video stößt und noch kein Abonnent ist, natürlich gerne ein Abo da lassen. Grüße gehen raus. Guckt ihr einfach meinen Kanal an. Siehst ja, ich lade zur Zeit alles hoch, was in Fortnite passiert. Scheißegal was. Also ich weiß, war glaube ich noch nicht mal, als ich mit YouTube angefangen habe, so ein Fortnite-Hype drin wie jetzt. Irgendwie ganz komisch. Also in dem Sinne, vielleicht bis gleich oder auch nicht. Also haut herein.